wir campingfreunde und reiselustige heute besuchen wir eine stadt im bermuda dreieck welche das ist das sagen wir noch nicht das dürft ihr noch rausfinden selber ein bisschen mitraten viele kleine eindrücke werden kommen ja schloss sehen wir parken können auf jeden fall genau umsonst sogar heute auf dem samstag das zeigen wir euch alles also bleibt dran so 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ciao!